Die Masse von Obelix beträgt 140 Kilogramm. Vergleiche sein Gewicht auf der Erde mit seinem Gewicht auf dem Mond, wenn die Fallbeschleunigung auf der Erde 9,81 m² beträgt und die Fallbeschleunigung auf dem Mond 1,62 m² beträgt. Hier die Angaben. Die Masse M von Obelix beträgt 140 Kilogramm. Die Fallbeschleunigung auf der Erde beträgt 9,81 m² und die Fallbeschleunigung auf dem Mond beträgt 1,62 m². Gefragt wird das Verhältnis vom Gewicht von Obelix auf Erden zum Gewicht von Obelix auf dem Mond. Und um dieses Verhältnis herauszufinden, steht uns die Formel vom freien Fall zur Verfügung. Zuerst könnte man denken, dass man das Gewicht von Obelix auf der Erde und das Gewicht von Obelix auf dem Mond berechnen muss. Dann machen wir das mal als erste Idee. Das Gewicht von Obelix auf der Erde wird berechnet durch seine Masse mal die Fallbeschleunigung auf der Erde, also 140 mal 9,81 m². So finden wir, dass das Gewicht von Obelix auf der Erde 1373,4 N beträgt. Auf derselben Art berechnen wir das Gewicht von Obelix auf dem Mond und finden so, dass sein Gewicht auf dem Mond 226,8 N beträgt. Jetzt berechnen wir das Verhältnis dieser beiden Gewichte. Obelix auf der Erde, aber das Gewicht auf der Erde, das ist die Masse mal die Fallbeschleunigung auf der Erde und das Gewicht auf dem Mond, das ist dieselbe Masse mal die Fallbeschleunigung auf dem Mond und stellen fest, dass das Verhältnis der Gewichte von Obelix nichts anders ist als das Verhältnis der Fallbeschleunigung auf der Erde und auf dem Mond. Das heißt, wir finden als Verhältnis ungefähr 6 und das bedeutet, die Gewichtskraft von Obelix auf der Erde ist ungefähr 6 mal die Gewichtskraft von Obelix auf dem Mond.